Von den Machern von College Animals Bucka, warte mal! Dem großen Comedy-Hit 2006 Ganz schön viele Pornos. Willst du mich verarschen? Das ist nur mein Reisevorrat. Hier kommt ihr neuster Spaß. Nicht zu glauben, die Kreuzfahrt des College ist wohl bloß ein Vorwand, sich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken. Beim ersten Mal haben sie euch an den Abgrund getrieben. Feiern wir eine Orgie! Könnt ihr euch etwas zurückhalten, okay? Diesmal werdet ihr über Bord gehen. Hey, was ist denn hier los? Moment mal, du und Yuma, wolltet ihr es machen? Was ist das? Ihhh, was ist das? Wir brauchen noch mehr Leute! Nein, ruf dich doch mehr Leute! Los, lass mich sterben! Lass mich sterben! National Lampoon präsentiert Tut mir echt leid. Alles okay? Schluss jetzt, ich muss los. Die sind nur ein Haufen bedröhnter und sexbesessener Idioten. Ein neues Abenteuer auf hoher See. Habt ihr dich irgendwo schon mal gesehen? Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Mein Mann kommt! Schätzchen, hi! Ich such dir ein anderes Versteck. Es gibt mehr Sex. Der Arzt sagt, du hast eine Gehirnerschütterung. Und du kannst auch irgendwann mal wieder hören. Was? Oh! Oh! Mehr Bräute! Ha! Geh auf! Zeit! Aufhören! Mehr Spannung! Das ist eine der größten und wunderschönsten Diamanten auf der Welt. Sie wollen das Pharaonenherz? Oh! Ah! Ah! Der ist der Sternhagel voll! Was war das? Und mehr Missverständnisse. Wir sind Lesben und du wolltest nur mit mir hierher, um zu knutschen. Wir sind keine Lesben und ich bin nur mit dir los, damit wir uns diesen riesen Diamanten kallen. Hab ich verwesst, wenn ihr wisst! Oh, mein Schatz! Hi! Homosexuelle! Stopp, stopp, stopp! Wartet doch! Wo wollt ihr denn nichts? Entschuldigung! Meine Schuld! College Animals 2 Wilde Studenten auf hoher See Danke, ich nehme meine akademische Ausbildung außerordentlich ernst. Demnächst unterwegs.